Sehr schön, sehr schön. Oh, warte mal. Oh, alles gut. Oh mein Gott, von oben, von oben, von oben, von oben, pass auf. Oh nein, ich bin tot gleich. Ich bin gleich tot, Styling. Okay. Lauf, du musst in den nächsten Raum zuerst laufen. Okay, ich geh, ich hab noch ein Leben. Oh hey, ihr seid heute extrem schön, dann. Du bist immer schneller da als ich. Was soll das? Heute sind wir zurück bei Half Dead. Und ich bin nicht alleine, heute ist wieder Styling mit mir. Bei dem Spiel geht es darum, dass wir durch verschiedene Räume müssen, aber in jedem Raum können Fallen sein. Und diese Fallen müssen wir verhindern. Denn es gibt Räume, die haben so ein Ausdruck bezeichnet auf der Karte. Wenn das der Fall ist, dann kannst du in den Raum gehen, aber du könntest theoretisch Schaden bekommen in dem Raum. Da musst du also vorsichtig sein. Da gibt es natürlich Räume, die sind komplett sicher, da kannst du immer reingehen. Aber es gibt Räume, die sind tödlich. Da willst du nicht reingehen, denn sonst störst du logischerweise, weil die Räume tödlich sind. Wenn du einmal reingehst, sich der Raum schließt, bist du tot. 100%ig, keine Möglichkeit mehr rauszukommen. Allerdings haben wir auch Schuhe, die können wir vorher reinwerfen. Ja, das ist richtig. Solange wir die Schuhe haben und wir sie in den Raum werfen, können wir gucken, ob er sicher ist oder nicht. Allerdings gibt es natürlich viel, viel mehr Räume als Schuhe. Also, das ist das Ding. Deswegen ist es manchmal auch ein bisschen Glückssache, aber meistens ist es sehr strategisch. Und heute war das ziemlich erstaunlich, okay? Wir haben es sogar vielleicht geschafft. Das wirst du da noch mal sehen. Das ist richtig. Aber ja, lass dich aber überraschen, wenn wir es geschafft haben. Wolltest du mal es getan, hast du unkostet, aber hier noch keine Videos mehr hinzu zu verpassen. Und falls du was getan hast, aktiviert die Glocke da unten, dann wirst du mich benachrichtig, sobald ich das Video lade. Du hast übrigens noch 27 Tage, 9 Stunden, 13 Minuten und 57 Sekunden Zeit, um dir ein Pullover zu holen und ein Turnbeutel, ein Licht oder ein T-Shirt noch gratis dazu zu bekommen. Ja, das ist eine Osteraktion. Ein Item kostenlos dazu. Link in der Beschreibung zum Shop und viel Spaß mit dem Video. Riley, bist du bereit, nicht zu sterben? Ja, ich bin bereit. Nicht zu sterben? Nicht zu sterben. Ey, nice Outfits. Ey, danke. Sieht gut aus. Wie gesagt, mein Hemd, das ist selten, Bruder. Ja, sieht mega geil aus. Du siehst allgemein super scharf aus, vor allem ich bin ja eine Frau. Okay, warte mal, der Typ geht vorne. Ey, was ist da oben an der Decke? Oh mein Gott, warte mal. Da ist irgendwas an der Decke? Ja, da kannst du aber reingehen, das ist kein Problem. Sicher? Oh mein Gott. Ich habe kein gutes Gefühl, ich gewonnen aus. Ich auch nicht, ich auch nicht. Vor allem der Typ ist lebensmüde dort. Das Gute ist, wir können uns ja ein bisschen aufsplitten, weißt du? Ja, wo lang gehst du? Wirft doch lieber was rein, oder? Okay. Ja, werf mich, werf mich. Das Problem ist, weil die Steuerung ist so dämlich gerade. Ich muss mit Controller Sachen reinwerfen. Und, häh? Oh mein Gott, ich habe Raum gesehen. Ach du Kacke, der war nicht sicher. Was ist das denn? Alles andere als sicher. Ja, also hier ist ein Todesraum. Auf der anderen Seite ist es auch ein Todesraum. Ich glaube... Der hier müsste nur ein Ausrufezeichen sein, maximal. What? Oh mein Gott. Ach, das Ding ist okay. Das Ding ist okay. Warte, 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 warte. Sieh dir erstmal den Rhythmus von dem Ding an. Ach, ist egal. Bevor wir urteilen. Das ist ein ekliger 1000 Füßler. Ganz okay. Nein, das Ding krabbelt. Ich mag das nicht. Ja. Oh nein, nicht beide Schuhe. Oh Gott. Jetzt hole ich ihn mir. Ja, ich habe auch meinen... Wo ist mein Schuh? Ich habe noch einen Schuh, leider. Verdammte Kacke. Ich habe zwei verschiedene an, Alter. Hat der eine Schuh geschafft? Da ist jetzt noch ein Schuh für dich. Oh mein Gott. Schon wieder ein Todesraum. Das kannst du... Geh auf M, dann siehst du, ob du das geschafft hast oder nicht. Das wird kein Todesraum sein. Eine 5 von 5. Das heißt, wir müssen eben nur nach unten gehen. Das wird kein Todesraum sein, ja. Hat der eine Schuh geschafft, zufällig? Nein, nein, nein. Ach so, ist ich ja? Oh, was zur Hölle? What? Okay, das ist kein... Das ist kein schlimmer Raum. Genauso wie der, der hat ein Loch. Ja, ja, das Loch ist aber nicht unnötig da. Da ist irgendwas. Ja. Ich habe ein Schuh reingeworfen. Wow, nein, brauchst du nicht. Hier brauchst du nicht einlassen. Ach so, nee, nee, das ist richtig. Wir haben den finalen Raum... Ey, ich bin eine Ebene unter euch. Oh mein Gott. Das ist der richtige Raum. Warte, ich komme, ich komme, ich komme. Das Loch ist gut. Ah, das Loch ist... Das hier ist nicht gut. Wo bist du? Unten. Eine Etage unter dir. What? Du musst durch das Loch runterspringen. Nein, musst... Na klar. Ich dachte, man geht immer hoch. Nein, nein, ich habe doch gesagt, wir starten eine Ebene 5 von 5. Wir müssen diesmal nach unten gehen. Ach so, ich habe es gar nicht gemerkt. Oh mein Gott, pass auf. Wolltest du dich letztens von diesem Teil erwischt? Das war jetzt nur das Ghetto. Ich habe leider keine Schuhe mehr. Hast du noch Schuhe, Bruder? Bitte sagen wir, du hast noch Schuhe. Todesfalle, Todesfalle. Oh mein Gott, ich habe Angst. Hallo, ich bin hier in einem Raum mit so einem ekligen Ding. Ja, das ist schon... Ich springe rein. Ja, einfach reinspringen, einfach reinspringen. Ich komme halt auch zu dir. Oh mein Gott. Bist du doof? Oh, ich stehe ein wie so... Ich stache. Ich bin weg. Oh. Das ist kein guter Raum. Was zum Teufel? Oh mein Gott. Okay, das ist echt gefährlich. Spähe rein, ist mir egal. Oh mein Gott, bitte. Der Raum ist clean. Aber wo ich höre? Oh. Nein, nein, raus, raus, raus. Ich gehe raus, ich gehe raus. Komm hier, komm hier lang, komm hier lang. Ich gehe rein. Ich habe Angst. Oh nein. Das war GG. No. Wieso? Zwei Schuhe reichen nicht. Zwei Schuhe reichen einfach gar nicht. Oh mein Gott. Ohne Scheiße. Nein. Zwei Schuhe reichen definitiv nicht. Es kam Samen von allen Seiten. Oh mein Gott. Was ist für ein Daumen? Steini, ich kann nicht mehr. Keine Kacke. Bist du auch tot? Ich höre was. Oh nein. Ich kann nicht mehr. Steini, ich weiß nicht, wo es sein soll. Was ist das? Oh. Gott, das ist eklig. Ich werde hier krank. Ich werde hier krank. Ich muss hier raus. Ach, du bist dort hinten, ne? Lebst du noch? Ja, nein. Also eigentlich nicht. Ich bin eigentlich so gut wie tot. Oh. Okay. Wow, das habe ich sogar gehört. Ja, das war richtig schmerzhaft. Wie hast du denn das überlebt? Ich habe nichts überlebt. Okay, Steini. Es geht los. Nächste Runde. Komm schon. Guck mal, ich bin mit Prector Gaming YouTube. Okay, warte, lass zusammenbleiben. Okay, du wirfst Schuhe rein, okay. Erstens wirf ich Schuhe rein, ja? Immer abwechselnd. Immer abwechselnd, Steini. Teamarbeit. Okay, ich wirf Schuhe rein. Easy game. Und. Oh, oh, oh. Doch, das kann man machen. Das Teil ist sicher, oder? Warte mal. Oh, mein Gott. Da kommt Flammen raus. Todesfalle war ich auf der anderen Seite. Du musst dich dücken. Du musst dich einfach dücken. Okay, dück dich. Oh, du hast voll die Pro-Tip-Style. Was zum Teufel geht dir ab, ey? Oh, ja, ich bin ein Preppy in diesem Spiel. Ich seit drei Jahren bin in Deutschland. Ja, das glaube ich dir. Wow. Und wirklich einfach geil. Oh, können wir da einfach rein? Ah, mein Hintern wurde verplant. Oh, nein. Oh, ich brenne. Ach so, du brennst. Okay, warte mal. Lass uns doch abwechselnd, oder? Es tut mir leid. Ja, ja. Okay, warte mal. Du bist hier raus. Du bist hier raus. Ich muss hier raus. Wieso denn? Ist doch alles gut. Nein, das ist ein Ausrufezeichen. Hast du das nicht gehört, diese Schlange? Ah, ja, doch, doch. Wow, wow, wow. Oh, okay, das heißt, ich werfe schon rein. Ich werfe schon rein. Ich werfe schon rein. Immer abwechselnd rein. Immer abwechselnd, okay? Ja, können wir das machen. Ist sicher? Ich schau mal, wir müssen überall reinschauen. Vielleicht finden wir den Raum irgendwo. Da kannst du alleine rein gehen. Wieso? Ach du, nee, da gehe ich nicht rein. Werfst du oder ich? Warte mal, der ist tot. Hier ist alles cool. Sicher? Oh, da starb jemand durch den Shark, der andere tritt. Was für ein Loser. Okay, nicht passt. Natürlich gehört ich sowas nie mal. Das gemeint von dir. Ja, okay, du hast recht. Du hast recht. Oh, mein Gott. Wäre zur Hölle alles gut bei dir? Ich habe nur noch 52 Leben. Wie schnell geht das denn, bitte? Es gibt Teilkisten. Es gibt Teilkisten. Oh, mein Gott. Ich habe zum Glück alle Schuhe noch. Hast du schon das Ende gefunden? Ich habe nur einen Schuh. Nein, 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 noch nicht. Okay, ich gehe hier die ganze Zeit lang, ey. Ich werde nur das Ende finden. Mehr will ich doch gar nicht. Oh, mein Gott. Das sind einfach... Hast du was? Boah, das sind einfach Bücher runtergeflogen. Hier geht es schon wieder. Mein Schuh wurde vergraben. Oh, nein. Wo ist mein Schuh? Du brauchst am besten eine Leiche. Die muss man finden. Eine Leiche, ja, schön. Aber mein Schuh ist unter den ganzen Büchern hier. Das hört sich so böse an. Dann brauchst du am besten eine Leiche. Ich habe auch meine Schuhe wieder. Okay, sehr gut. Aber Leichen haben Schuhe. Ja, das stimmt. Leichen haben Schuhe. Ich werde, wenn du... Oh, ich habe es gefunden. Was? Komm her. Hier. Oh, ich komme. Komm her, Styli. Ich gehe runter. Ich bin da. Nice, komm her. Ey, nice. Let's go. Das war die erste Ebene. Eigentlich ist es voll einfach. Eigentlich ist es ein Spiel einfach. Definitiv, Styli. Es ist das einfachste Spiel der Welt. Warte mal, war ein Spiel schon mal einfacher? Ja, klar, 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 klar. Animal Crossing. Animal Crossing war richtig schade. Ich habe keine Ahnung, was da überhaupt passiert bei Animal Crossing. Oh Gott, ich bin hier einfach reingelaufen, ohne Schuhe reinzuwerfen. Ich habe keine Ahnung, wie du hier ein Ausrufezeichnis hast. Oh, da ist ein Typ, falls du ein Schublauchst, ne? Oh, jetzt Lava. Und da ist ein gestörtes Teil. Ey, die Ebene... Die Fallen werden übrigens immer übler, ne? Aber das ist gar nicht gut. Oh, ich habe keine Schuhe mehr. Ich bin in Todesraum. Oh, nein. Nein, ich bin nicht drin. Ich habe in Todesraum reingeworfen. Okay. Das heißt, ich weiß, wo lang. Von dem Typen, wo ist der Typ mit dem Schuh? Hier ist der Typ mit dem Schuh, hier. Schauen wir mal auf die Karte, da wo ich bin. Ich sehe dich, ich sehe dich. Ich komme mir gerade nicht weiter, weil ich will erst mal einen Schuh reinwerfen. Ich habe nämlich Angst vor dem Raum. Ich höre mal einen Schuh rein. Du brauchst keine Angst vor dem Raum. Ja, der Raum ist sicher. Sehr gut. Oh mein Gott, dieses rote Ding. Der Raum sieht aber nicht so sicher aus. Oh mein Gott, dieses rote Ding. Da ist ein rotes Feuerding. Ja, was heißt das? Scheiße, 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 weg, weg, weg. Oh, komm wieder rein. Ja, ja, klar. Ach so, jetzt gehen wir da rein. Ach, die Kanone schießt du einmal. Genau. Nee. Ich habe wieder zwei Schuhe. Oh, hier ist ein Lava, okay. Oh. Oh mein Gott, dieses Teil ist okay. Dieses Teil ist okay. Ach komm. Nein, das Ding ist nicht okay. So sehr kannst du es nicht hassen. Ich bitte dich, Dani. Das bewegt sich so doof. Ich hasse es. Oh Gott. Todesraum. Oh mein Gott, da ist ein Schuh, wenn du ihn holen willst, oder? Da, in diesem Raum ist du ein Schuh. Ich hole ihn, ich hole ihn, ich hole ihn. Okay, wir können hier nicht lang. Ich werde mal hier... Oh mein Gott. Ich werde mal hier was rein. Ey, wie zur Hölle haben wir es geschafft, noch nicht getroffen zu werden? Da ist noch was. Pass auf, pass auf, pass auf. Da ist noch was. Was ist das Teil? Ich habe nicht mal eine Ahnung, was es sein soll. Ich kenne nicht alle fallen, die im Spiel. Wo ist mein Schuh? Oh, what? Was zum Teufel ist das? Wo bist du? Ich weiß nicht, was es ist. Hier bin ich. Dani, ich traue du auf, dass wir es schaffen. Ja, vertraust du? Ich vertraue. Okay, ich vertraue auch. Ey, wir haben schon so viele verdammte Räume geöffnet. Immer noch nicht dieses scheiß Ding. Ja, was zum Teufel. Okay, warte, ich gehe wieder zurück. Oh, dieses Teil ist so gefährlich. Ich bin jetzt hier auf so kurz. Da ist nur ein Ausrufezeichen, das ist okay. Wir sind auf jeden Fall falsch, das steht fest. Ich bin komplett woanders als du. Ist das aber okay? Ja, das scheint okay zu sein, sehr gut. Ich gehe lang. Todesraum schon wieder. Oh, nee, oder? Ah, da läuft der Barfuß schon wieder rum. Okay. Was zum Teufel? Meine Schuhe landen, ich habe ihn gefunden in den Ausgang. Nein. Hast du? Oh, sehr gut. Respekt. Ist hier noch irgendwo ein Schuh? Hast du noch ein Schuh? Ähm, warte mal, du kannst... Können wir die Karte... Wow. Warte mal, ich kann sogar Schuhe werfen und die geben und sowas. Ja, werfen wir einen Schuh. Ja, so einen Schuh. Oh, warte mal. Ah, Boden. Ja, hier. Haha, Boden. Geil, ich habe dir mal Schuhe gegeben. Ja, danke. Das ist Teamwork, Style. Das ist richtig. Das Teamwork. Aber warte mal, wie können wir die Karte durchsachen machen? Wow, drück M. M. Schau mal auf die Karte ganz kurz, bevor wir weitergehen. Ich bin schon unten. Okay, wird da kein Schuh angezeigt? Nein. Bei mir wurde keiner angezeigt. Okay, ich gehe mal runter. Aber letztes Mal wurde zufällig einer angezeigt. Oh Gott, oh Gott. Okay. Was ist das? Wo gehst du? Ah, dieses Teil ist gefährlich. Meinst du, was ist das? Ja, ich weiß nicht genau, aber es ist gefährlich. Ich habe nicht so viel leer. Ach, das ist ein guter Raum. Warte, ich brauche meinen Schuh wieder. Oh, das ist ein guter Raum? Ich weiß es nicht. Ich hoffe mal. Oh nein. Oh nein. Eingefroren. Hier kann man eingefroren werden. Oh, das Poi-Poi ist voll schnell. Oh mein Gott. Warte mal, das ist ein gefährlicher Raum. Ich weiß nicht, was er macht. Ich gehe jetzt nochmal hier lang. Oh nein, ich habe einen schönen Todesraum reingeworfen. Oh, nee, oder? Oh. Das ist ärgerlich. Warte, Todesraum. Es gibt keine zwei Todesräume nebeneinander. Oh mein Gott, aber dann so ein blöder Raum, ey. Es gibt keine zwei Todesräume nebeneinander. Ja, aber ich habe jetzt keinen Schuh mehr. Was ist das für Deutsch? Oh mein Gott. Oh, nicht dieses Ding. Bitte. Ich hasse diesen Raum mit diesen Messern. Hast du keinen Schuh mehr? Nein, leider nicht. Und ich riskiere jetzt auch nicht. Schau mal. Ah, ich habe kaum Leben mehr. Das war ein Problem. Ich habe den Schuh leider in den Todesraum reingeworfen. Oh, nee, oder? Ich schaue mir die Äcken. Ich gucke. Oh, hier ist ein Lavaraum. Oh ja, Lavaräume sind eigentlich ganz cool. Muss ich sagen. Einer meiner Lieblingsräume. Definitiv. Ich bin reingegangen. Das macht vielleicht alles gut. Alles gut. Okay, das ist der falsche Raum. Hier ist nix. Hier ist auch nix. Ich muss durch den Lavaraum gehen. Ich muss. Boah, dieses Teil, ey. Ich habe kaum Leben mehr. Nur 25 Leben. Hast du ein Medi-Pack oder so? Hier ist gar nix. Oh, dieses Fächer-Mangst. Oh Gott, Lavar. Alles gut, alles gut. Wo bist du? Hast du zufällig zwei Schuhe? Nein, ich habe nur einen, glaube ich. Habe ich einen? Ja, ich habe einen Schuh. Dann warte mal ganz kurz. Ich muss dir folgen. Okay, sehr gut. Ich habe keinen Schuh. Ich kann ohne Schuh nichts tun. Pass auf, hier ist ich... Ah, ich habe es gewonnen. Was hast du gewonnen? Hier bin ich, hier bin ich. Hast du das Löschlein gewonnen? Ja, ja, folge mir einfach. Sei auch folichtig. Perfekt, ist hier ein Schuh irgendwo? Oh, ja, ich habe einen Schuh. Soll ich... Ich warte auf dich, damit du eigentlich auch einen Schuh hast, ja? Ja, ich komme. Warte, wir sind schon bei zwei von fünf. Wir kommen im Ziel näher. Pass auf, pass auf. Ich meine, ganz ehrlich... Ich will dir nicht sagen, dass ich mich freuen würde, wenn du stirbst, ne? Aber ich meine, dann habe ich einen Schuh für mich, also... Naja. Das war echt knapp. Ich wollte es nur anmerken. Ich wollte auch mit der Klinge rauslaufen und demnächst drauf ist plötzlich ein Lama rauf. Kommst du, Sniley? Ja, komm unten. Hier ist ein Schuh, pass auf, hier an der Wand. Auf deinen Kopf. Ich will auch noch was rein. Was? Der Schuh ist da drin, oder? Pass auf, pass auf, pass auf. Du hast den Schuh weggeworfen. Ich weiß, aber ist okay, weil das noch Wasser ist. Ist noch Wasser, sagt die? Ja, aber da war kein Schuh mehr. Der ist weg? Nein, nein, da ist, da ist, ach so. Au. Nein, der liegt ja. Ja, genau, der liegt ja. Okay, gut, gut, gut. Ey, was ist auch nervig, sehe ich gerade? Ja, was? Ich habe noch zehn Leben. Ich habe noch zehn Leben. Wir können auf die andere Seite laufen. Ich, ich, es ist sehr knapp. Man muss wirklich alle Pfeile am besten auswendig kennen. Oh, oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Ja, das ist sehr gut. Das ist kein Raum, der dich tötet, Sniley. Vor, gut, gut, oder? Also, wenn du nicht dämlich bist. Oh. Da können wir auch rein, oder? Ja, ich wollte trotzdem erstmal checken. Nee, nee, mach nicht checken. Ich schaue meinen D-Draum kurz hier. Ob da irgendwas ist oder nicht. Bitte keine Todesfalle. Todesfalle. Ich habe wieder eine Todesfalle reingeporten. Man muss hier alles durchchecken. Ist hier auch was? Nein, hier ist es sicher. Geil, Alter, geil. Meine Schuhe landen die ganze Zeit in verdammten Todesfallen drin. Ja, du armer Kerl. Hast du noch einen Schuh? Ich habe einen Schuh, aber das ist meiner. Und den teile ich bestimmt nicht. Ah, hier ist noch ein Schuh. Hier in diesem Raum, wo ich bin. Wo du bist? Ja, genau. Schau mal hier rein. Ich ome. Ich ome? Ich ome, ja. Das sage ich jetzt statt kommen. Okay. Oh, nein. Irgendwas stimmt da nicht. Dieser Raum ist nicht gut. Oh, Blitze. Ich werde meinen Schuh nicht wiederbekommen. Nein. Was heißt, ich komme umsonst wegen einem Schuh, den ich nicht mehr bekommen werde? Kennst du dich doch bei mir schon, bei mir schon. Da kannst du, äh, da wo ich bin. Aber ich meine, den nächsten Raum, ich würde gerne meinen Schuh holen, aber ich habe noch zehn Leben. Ist es das wert? Das mache ich, das mache ich. Das mache ich. Alles gut. Wo ist dein nächstes Schuh? Da, da ist mein, dahinten ist mein Schuh. Den, den nimmst du. Und wo, nimmst du den hier in der Ecke? Okay. In diesem Raum ist mein Schuh. Genau, hol dir. Verdien dir deinen Schuh. Dann muss ich verdienen dir deinen Schuh, Sniley. Hab ihn. Sehr gut. Kannst du, kann man dich da einfach ducken bei dem Elektroteil? Ich werde dich die Blitze nerven, ne? Ich werde es jetzt rausfinden. Oh mein Gott. Ja, sieht gut aus. Wurde es erwischt? Oh nein. Pass auf, der Raum ist gefährlich, Sniley. Sehr feuchtig. Ich habe noch zehn Leben, ey. Ich habe mein Schuh rein. Feuer, Feuer. Oh. Das ist alles gut. Was ist das? Ist das Feuer? Komm hier oben. Oh, das ist Feuer. Aber Feuer oben ist easy. Feuer, das tut nichts, wenn du duckst. Na, das ist schon. Aber wenn du weiter weg bist, dann schon. Nur wenn du in der Nähe bist. Also man muss schon sehr, sehr feuchtig sein. Ja, einfach in die Nähe gehen und gucken. Genau. Dann sollte es funktionieren. Okay. Oh mein Gott. Ich habe Schiss von dem Feuer. Ein Schlag und ich bin tot. Ach, du bist auch ein Feuerraum? Ja. Mein Raum ist auch ein Feuerraum. Nee. Das ist ja Ironie. Ja, das ist wirklich. Komm, jetzt werfen wir uns hier in der Mitte. Ich werde meinen Schuh rein. Und? Ich sehe da einen Schuh von der Seite. Alles gut. Dieser Raum ist sicher. Mein Schuh, mein Schuh, mein Schuh, mein Schuh. Ist hier eine Leiche? Ist hier eine blöde, dumme Leiche, die man auch nutzen kann? Meine Güte, ey. Leider nicht. Werf den Schuh rein. Ey, sieht gut aus, ne? Ist hier eine Leiche rein. Mann, wir kommen näher. Guck auch nach Kisten an der Seite, wo Maddox da... Alter, was ist das? Ja, müsste wir wirklich mal. Oh, das ist der Ausgang. Yes. Warte, hier ist noch ein Schuh meistens um. No. Oh, ich habe ihn nicht gesehen. Ist keiner, ist keiner. Hier ist auch keiner. Ich brauche Leben. Weiter geht's. Es ist nur noch... Es ist die letzte Ebene. Oh mein Gott. Wir sind in der Ebene eins von fünf. Oh mein Gott. Pass doch mal auf. Hast du das gar gesehen? Ja. Lebensmüde. Oh mein Gott. Die Fallen werden jetzt übel. Ich habe nur 25 Leben. Ja, ich habe 10. Oh, da ist ein Schuh. Warte mal, das könnte ja meine Falle sein. Alles gut, alles gut. Alles gut. Warte mal, ich nehme die Pack. Ich nehme den Schuh jetzt. Ne, nimm du den Schuh. Du hast mehr Leben, oder? Also wenn es jemand schafft, dann du. Ach Quatsch. Wenn es dann müssen wir jetzt beides schaffen. Ja, du hast recht. Jeder von uns wird überleben. Xyli, wir kennen uns schon seit der Kindheit. Wenn ich jetzt sterbe, dann gebe ich dir die Schuld. Dann musst du damit leben, okay? Durch diese Räume kann man gar nicht durch, ne? Naja, da ist ein Alligator. Ich weiß nicht. Du kannst ja durchschwimmen, wenn du willst. Die werden ja nicht als tot angezeigt, aber wahrscheinlich, weil da niemand reingeht. Genau, genau. Also das ist trotzdem ziemlich gefährlich. Oh nein. Ach. Also was macht das genau? Ja, ich leide einfach durch. Ich leide jetzt egal. Easy game, easy game, Bruder. Oh my God. Ich muss sagen. Schuh rein, wirft da rein. Oh, wow, wow, wow. Okay, genau. Ja, okay. Mal schauen, soll ich rein werfen? Ich werfen, nein. Ja, werfen, nein. Habe ich? Ich würde sagen, es ist kein... Okay, alles gut. Alles gut. Du geduckt hier lang. Oh, my God. Habe ich Panik, ey. Komm schon. Letzte Stelle, Styli. Der ist meistens alles sicher, oder? Ja, dachte ich eben gerade auch. Schau dich immer besser um. Und dann hat der Draht in die Fresse gehauen. Okay. Ich sehe alles sicher, ja. Okay, sehr gut. Wo ist die letzte... Oh. Mein Schuh ist runtergefallen. No. No. Der Schuh war unsere letzte Hoffnung, Styli. Du hast noch einen Schuh, du hast noch einen Schuh. Ich habe noch einen Schuh. Okay, ich werfe wieder ein. Alter, dreh dich nochmal. Ja, was denn? Wow, du bist... Deine Brüte bewegen sich. Ich weiß. Schau dich mal an. Siehst du das, Styli? Was sind das für schöne Melonen? Ja, ich weiß. Alter, wow. Das sagt mir jedermann, der mich sieht. Ich habe Schuh rein. Warte, pass auf, Styli. Oh, my God. Ey, warte mal, Danny. Komm, guck mich an. Ja, was denn, mein Schatz? Kann es sein, dass wir keine Schuhe mehr haben? Ja, das kann sehr wohl sein. Warte mal, hier ist bestimmt ein Raum, der uns trattet, Styli. Nein, ist es nicht. Okay, wir haben die Arschkarte. Hier oben, wir müssen oben lang gehen. Wo lang? Ah, ja, genau. Ja, ja, ja. Wir müssen jetzt... Wir müssen überleben. Also, wenn du ein Held besuchst, holst du hier unten den Schuh raus. Warte mal, aber ich glaube theoretisch, ne? Das... Pass auf. Pass auf, bevor du rein... Warte mal. Du hast mehr Leben. Du bist der Mann. Du bist der Mann, ich bin die Frau. Du bist der Mann, ich bin die Frau. Erstmal gucken wir uns jede Möglichkeit an. Die Möglichkeit gefällt mir. Geh zuerst rein. Du hast mehr Leben, Styli. Kommt dieses Drahtzeug runter? Oh, das könnte sein. Alles gut. Okay, ich komme auch... Styli. Hier ist das Leben noch total irrelevant, weil... Warte mal, da könnte der Falle sein. Ich glaube, das ist ein Todestraum. Ich glaube, das ist ein Todestraum. Ich habe den Instinct. Hast du? Ja, ich habe irgendwie Instinct. Oh, what you say. Oh, mein Gott. Das hat er nicht getan, oder? Alleine, weil du es gesagt hast. Oh, mein Gott. Das ist okay. Das ist nur ein riesiger Vorhaber, wenn ich töten würde. Ist okay. Das ist meine Hose auch. Oh, das glaube ich dir sogar irgendwie ein bisschen. Ey, kann es sein, dass die nirgendwo... Ich bin den letzten vorgerannt. Jetzt läufst du vor. What? Disgusting. Nein, ich bin die Frau. Hallo, willst du die Frau sterben lassen? Hier schon erstmal... Siehst du das, was ich hier habe? Kannst du mich nicht vorstellen? Bei dem Raum läufst du jetzt zuerst. Okay, nein, mal ehrlich. Wir gehen lieber in den Raum, der hundertprozentig nur gefährlich ist. Das macht mehr Sinn. Ja, egal. In den nächsten Raum gehst du einfach zuerst. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist dieses Killer-Monster? Hier. Hier. Ja, da gehe ich rein, genau. Geh rein. Ich meine, was soll das Teil schon machen? Außer uns essen und fressen und keine Ahnung was. Ja, du gehst gerne rein. Ich gehe jetzt auch rein, ist mir jetzt egal. Dann öffn doch die scheiß Tür. Mach ich jetzt auch, habe ich. Ganz einfach. Wand gegangen mal hier. Ist bei mir. Okay, ich muss in den nächsten Raum vorgehen. Ja, ja, mach mal. Und? Sehr schön, sehr schön. Oh, warte mal. Oh, alles gut. Oh, mein Gott. Von oben, von oben, von oben, von oben. Pass auf. Oh nein, ich bin tot gleich. Ich bin gleich tot, Styli. Okay. Lauf, du musst in den nächsten Raum zuerst laufen. Okay, ich gehe, ich habe noch ein Leben. Oh, mein Gott, ich lebe noch. Alles gut, okay. Styli, ich lebe noch. Bitte sag mir, das ist das Ende. Oh, mein Gott, du bist der Nächste. Geh. Geh doch einfach, Mann. Ich habe einen guten... Ey, das ist ein Todesraum. Hast du? Bitte nicht. Oh, mein Gott. Oh, da ist Eis. Da ist Eis. Wo? Okay, okay, alles gut. Danny, du läufst zuerst rein. Okay, warte mal. Schau mal nach links. Vielleicht ist ein Ausgang irgendwo. Schau mal nach links. Nein, hier ist kein... Du hast nur diese beiden Wege. Okay, ich gehe... Mann, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich bin überfordert. Ich habe noch ein Leben. Styli, ich habe noch ein Leben. Oh, mein Gott. Diese beiden scheiße One-Hits. Wohin soll ich? Geh in irgendeinen von den beiden Räumen. Du gehst zuerst. Okay, ich geh... Wir wechseln uns ab mit sowas. Ich gehe jetzt in diesen Scheißraum. Okay, Styli? Wenn ich sterbe, sag meine Familie, ich liebe sie. Okay, ich bin tot. Styli, Styli, ich werde dich zuschauen. Okay, du wirst nicht überleben. Ich liebe deine Familie. Tust du? Warte mal. Ja, ja, nicht du, sondern umgekehrt. Wie jetzt? Du sagst mir jetzt die ganzen Sachen erst? Du sagst mir jetzt erst die ganzen Sachen? Warte noch kurz, bevor du es schaffst. Ja, ja, klar. Oh, warte, ich habe überlebt. Yay, die Bücher sind gefallen, aber ich habe überlebt, Styli. Also hier habe ich ein ganz, ganz schlechtes Gefühl. Warte kurz auf mich, Styli. Ich will nur kurz sterben, okay? Ich... Oh! Jetzt, okay, ich bin verblannt. Ach, meine Güte. Was soll ich sagen? Das letzte Ebene. Aber hier, was soll ich tun? Ich schaue dir zu. Das wäre doof, hier durchzulaufen. Nein, da solltest du aber durchlaufen, weil irgendwo muss der Ausgang sein. Ja, aber hier unten ist, kann ich auch nicht lang gehen. Guck. Ja, okay. Ja, da kannst du nicht lang gehen. Geh durch die andere. Ja, geh durch die Tür dir. Warte, es... Guck mal, kannst du M drücken? Ja, ich kann M drücken. Oben rechts, die vier. Einer von denen ist der Ausgang. Oh, oben links, meinst du? Oben links, tut mir leid. Oh, mein Gott. Tu mir leid, Mann. Ja, genau. Einer von denen ist der Ausgang. Kannst du irgendwie durchkommen, versuchen irgendwie zu überleben. Oh, mein Gott. Jetzt geh... Oh, mein Gott. Geh geradeaus. Geradeaus. Ich sag dir, wo du lang... Nein, das ist der Todeszau. Da kannst du nicht lang. Ja, schön. Schön, dass du meine Leiche noch beobachtest. Geh da lang. Jetzt musst du aufpassen, wenn du... Sie hatte so schöne Brüste. Du meinst mich. Du meinst mich. Du hast mich gehen lassen, obwohl ich der Frau bin. Versuch da durchzugehen, aber ohne getroffen zu werden. Ja, das Geile ist, diese Eisstrahlen sind halt wirklich schwach. Du musst dich nur an den Rand stellen. Ja. Jetzt kommt dieses eine Digimon. Ah, ja, ja, genau. Digimon. Digimon sind irgendwie so... Wunderbar wie ein Pokémon. Wir beide. Aber Digimon irgendwie mehr. Gott, das Teil ist aber echt gruselig. Versuch da geradeaus zu gehen. Einfach geradeaus. Meine Gute. Wir kamen aber schon mega weit. Ich bin echt mega stolz von uns. Guck mal, ich kann einen Stecker da reinstecken. Wo Stecker? Ja, ja, schön. Jetzt stecke ich meinen Stecker rein. Ja, ich stecke den Stecker woanders rein. Okay, rein. Ja, der ist sicher. Ich wusste, dass der auskommt. Oh mein Gott. Ja. Geh da rein. Ich hab's geschafft. Ich tanze. Yeah, du tanzt. Damn. Nice. Ja, gut. Ich wünsche schön für dich. Freulichen Keks. Yeah, nice. Easy Games. Hey. Ey, wir haben so eine gute Teamarbeit gemacht. Ja, das war richtig gut. Ich bin mega stolz auf uns. Wir sollten mehr Spiele spielen, wo wir unsere Liebe... Du weißt schon. Na, na, na. Okay, Leute. Das war's für das Video für mehr davon. Lass den Daumen nach oben da. Check Style in Beschreibung aus. Er hat nämlich auch in den Chip keine Ahnung, falls du es nicht wusstest. Und in meinem Shop gibt's momentan auch Angebot, wo, wenn ihr ein Pullover bestellt, ihr etwas Kostens dazu bekommt. Also checkt den Shop aus. Es geht nur eine Zeit lang, deswegen solltest du das definitiv tun. Stimmt, Stiley? Auf jeden Fall. Genau. Falls du es nicht getan hast, solltest du unkostenswert, um keine Videos mehr in der Zukunft aufzupassen. Falls du das getan hast, aktiviere die Glocke da unten. Dann führst du euch für Nachricht. Und ich seh' dich im nächsten Video wieder. Drei, zwei, eins. Bye-bye. Bye-bye. Danke für das so eine Schaue des Videos. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du es mit einem Daumen nach oben bewertest. Außerdem solltest du definitiv mal eine meiner letzten Videos auschecken. Die findest du rechts. Also klick einfach irgendein Bild an und dann wirst du gleich hingeleitet. Ich bin mir sicher, es gibt bestimmt irgendwas, was dir gefallen wird. Und falls du es nicht getan hast, kannst du gerne kostenlos abonnieren für täglichen Videocontents. Und falls du schon abonnent bist, kannst du unten gerne die Glocke anklicken, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn mein Video hochkommt. Aber danke für das so eine Schaue und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao.